Was tun, wenn man Bauchfett hat, aber nicht fett ist, sondern dünn ist? Ich bin kein Fan von diesen Diäten, weil die für den Körper relativ ungesund sind. Gesundheitstechnisch musst du einfach nur ein Kaloriendefizit fahren. Aber die haben halt jede einzelne Kalorie getrackt. Dieses Volumen von Kalorien musst du dir halt angucken, weißt du? Es ist halt so, bei so einem Thema, da kommen auch ganz viele Experten auf einmal raus so. Der Chicano sagt, hast du mal eine Zeit gekifft oder wie stehst du jetzt dazu? Vor allem in Verbindung zum Sport. Ganzkörper oder Split, Bro? Ich bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich denn kommen? Bete zu Gott, bitte übernimmt Kontrolle. Anthony Joshua. Korrekt, einfach Anthony Joshua im Chat. Im Chat. Im Chat. Was tun, wenn Bauchfett, wenn man Bauchfett hat, aber nicht fett ist, sondern dünn ist? Naja Bro, das ist vielleicht ne genetische Veranlagung, aber grundsätzlich, wenn du, du kannst nicht lokal Fett abbauen, da wo du möchtest, weißt du? Es gibt keine Möglichkeit. Es bringt auch nichts, wenn du jetzt jeden Tag Sixpack, wenn du jetzt jeden Tag Bauchübungen machst oder so. Ähm, das ist genetische Veranlagung. Der eine baut schneller Fett ab da, der andere da. Der eine baut schneller auf da. Viele haben am Bauch noch die letzten Reste an Fett, aber ich kenne auch Leute, die speichern ihr Fett im Arsch oder in den Oberschenkeln und so. Ist immer unterschiedlich, je nachdem, was du für ne Genetik hast. Das Einzige, was du halt mit Bauchtraining tust, ist, dass du deine Muskeln aufbaust in der Bauchregion. Dadurch können die Packs fetter werden und dadurch können die vielleicht auch besser zum Vorschein kommen. Aber lokal Fett abbauen ist nicht möglich. Also du musst dann halt noch mehr abnehmen. Also sportlicher werden wahrscheinlich, mehr trainieren insgesamt. Und was auch viele Leute unterschätzen, ist, dass wenn du trainierst, Muskeln aufbaust, dann verbrennst du generell mehr Fett, auch in den Phasen, wo du nicht trainierst. Lass dich auch von der Waage dann nicht beeinflussen. Kann auch sein, dass du schwerer wirst, aber trotzdem besser aussiehst, weil Muskeln sind schwerer als Fett. Und ja, ich kann dir nur ans Herz legen, fahr weiter in Kaloriendefizit, mach trotzdem Kraftsport weiterhin. Mach schön Cardio und ernähr dich vernünftig. Und dann, wenn du am Bauch als letztes abnimmst, dann musst du halt so lange abnehmen, bis das Fett am Bauch auch weg ist. Weißt du, wie ich meine? Ab mir sagt bei mir Oberschenkel. So, Low Carbs, High Protein halt? Nee, fühle ich gar nicht. Also, ich bin kein Low Carb Fan, ich bin kein ketogene Diät Fan, ich bin kein Fan von diesen Diäten, weil die für den Körper relativ ungesund sind. Kohlenhydrate braucht man auch meiner Meinung nach. Natürlich, ich bin Veganer, ich ernähre mich sowieso hauptsächlich von Kohlenhydraten, aber auch so. Die meisten, die dann Low Carb machen oder ketogene Diät machen, essen dann nur den ganzen Tag Fleisch, Eier, Magerquark und so. Und das sind alles Sachen, die machen deinen Magen einfach nur kaputt. Also, gesundheitstechnisch musst du einfach nur ein Kaloriendefizit fahren. Low Carb, meiner Meinung nach, das ist ja ganz klar, das ist einfache Mathematik. Hast du ein Kaloriendefizit, nimmst du ab. Hast du einen Kalorienüberschuss, nimmst du zu. Das ist egal, welche Quellen du nutzt, ob du Fette, Proteine oder Kohlenhydrate benutzt. Fährst du ein Kaloriendefizit, bin ich der Meinung, solltest du deine Carbs so hoch wie möglich halten und immer noch im Kaloriendefizit bleiben, weil Carbs geben dir Power. Und wenn du Power hast, kannst du mehr Gewichte bewegen. Kannst du mehr Gewichte bewegen, baust du besser Muskeln auf. So, das ist meine Devise und die verfolge ich schon seit Jahrzehnten jetzt. Und ich habe auch sehr viele Kollegen und Freunde und auch damals Leute, die das genauso gemacht haben. Das sind alles Mythen, auch mit diesem, du musst so viel krass Protein essen, damit du Muskeln aufbaust. Geh einfach mal auch in die Tierwelt zum Beispiel. Die Motherfucker mit den krassesten Muskeln sind Gorilla zum Beispiel. Oder auch Elefanten haben eine krasse Masse und die ernähren sich hauptsächlich pflanzlich so. Also in Pflanzen ist auch Protein drin und es gibt genug Proteinquellen in der Ernährung. Du musst nicht, so drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und so, das sind alles Sachen. Wenn du das machst, dann musst du den ganzen Tag nur empfurzen und scheißen, weißt du. Und versaust deinen Magen damit. Fühl dich nicht. Ricky sagt, das ist aber falsch, Leon. Bro, Digga, fragst du fünf verschiedene Leute, die geben dir fünf verschiedene Meinungen zu den ganzen Geschichten ab. Es gibt Studien in alle Richtungen. Es gibt Studien, die das belegen, Studien, die das belegen. Ich erzähle einfach davon, was ich persönlich bei mir ausprobiert habe. Und ich habe alle Sachen schon mal ausprobiert. Und ich habe auch mit vielen Leuten schon geredet und ich mache seit zwölf Jahren Fitness. Das heißt, ich kann von dem berichten, was ich gemacht habe und was ich für mein Verständnis als am gesündesten halte. So, weißt du. Und das gebe ich mit. Putzen muss jeder. Ja, aber Bro, erst mal den ganzen Tag nur Magerquark, Fleisch, Eier und so einen Scheiß. Und dann guck mal, wie du dann auf der Schüssel abhängst. Da hängst du eine gute Zeit am Tag auf der Schüssel auf jeden Fall. Ich kenne einige Pumper, die sich die Seele aus dem Leib kacken. Die können nichts essen, ohne dass es durchläuft. Ja, Bro, das ist halt. Man kann sich seinen Magen auch schon so ein bisschen kaputt machen mit diesem ganzen Diät. Also ich bin so ein Fan von ausgewogener Ernährung. Ich bin einer, der sagt so, gehst du in den Fitnesssport rein, willst deine Ziele erreichen und so. So, wenn du jetzt nicht auf die Bühne gehen willst und Bodybuilder bist, so, dann bin ich halt ein Fan, der sagt, ausgewogen. Schön ausgleich. Mach von dem nicht zu viel, von dem nicht zu viel. Nicht zu viele Fette. Und mach einfach eine gute Balance und fahr dann den ganzen Kram runter, so. Also die Gesamtkalorien runter und nimm von allem ein bisschen was weg. Und bleib aber trotzdem in dieser Balance, in dieser Ausgewogenheit, sodass du deinen Körper auch nicht zu krass schockst. Weil die Leute, die ketogene Diät machen oder irgendwie Low Carb machen, die ziehen es ja auch nicht durch. Da gibt es dann voll viel so Leute, die auch einen krassen Jojo-Effekt dann haben und so. Weil die machen dann ketogene Diät zwei Monate und danach hauen die wieder genauso rein wie vorher. Und dann geht es wieder in die Richtung rein, so weißt du. Deswegen sage ich, schraub alles runter, pass dein Lifestyle an und mach es vor allen Dingen auch nicht so schnell. So von heute auf morgen, weißt du, wie ich meine, so. Weil, ja, keine Ahnung, dann gewöhnst du dich nicht dran. Ich finde, du solltest dich dran gewöhnen. So, mit der Zeit. Besser. Auch auf Vitamine achten, PJ, sehr guter Hinweis. Sehr guter Hinweis. Allgemein halt, Mikronährstoffe, ne. So Vitamine, Enzyme, so eine Geschichten, da sollte man auf jeden Fall drauf achten. Und heutzutage ist es halt leider so, dass der Boden diese ganzen Dinge nicht mehr so krass in die, in unsere, in unser Gemüse und so. Also unser Gemüse, unsere Früchte und so, die sind nicht mehr die, die es mal waren. Weil der Boden einfach nicht mehr so viele Vitamine hergibt, weil wir Menschen das so ein bisschen kaputt gemacht haben. Und deswegen ist es fast ein Muss, die ein oder andere, ja, Supplementierung auch einzubauen, so, ne. Auch was Vitamine angeht, B12, D3, äh, C. Lyric 95, erstmal danke für die 4,99 Euro. Thank you very much, man. Und zwar sagt der Bro, was geht ab? Äh, alles gut, Bro, bei dir? Bro, hast du schon den Film, beziehungsweise die Doku Game Changer gesehen? Ja, hab ich gesehen. Heftig, was die Nahrung mit unserem Körper macht, ja, ja. Ist eine sehr geile, ist eine sehr geile Dokumentation. Und ich kann euch die wirklich nur ans Herz legen, das mal reinzuziehen, Game Changer. Da lernt man auch viel über Vegan und so. Und da sieht man auch, wie viele Hochleistungssportler sich vegan ernähren und dadurch einfach eine bessere Performance haben. Viele Hochleistungssportler, auch aus dem Basketball, Football, Schwimmen, ähm, ernähren sich vegan, weil sie eine bessere Leistungsfähigkeit haben wollen. So, einen besseren Schlaf und eine höhere Leistungsfähigkeit. Und in dieser Dokumentation siehst du auf jeden Fall, was Fleisch, Milchprodukte für eine Auswirkung auf unseren Körper haben. Aber das ist auch mittlerweile, glaube ich, jedem bekannt, dass es nicht so gesund ist, jeden Tag Milchprodukte zu konsumieren und Fleisch zu essen. Deswegen gibt es auch viele Leute, die immer noch Fleisch essen, aber die den einen oder anderen Vegantag mal einbauen. Oder auch den einen oder anderen Tag, wo die sich einfach ein bisschen auf Fleisch verzichten und sowas, weißt du? Und definitiv finde ich auch gut, so die Entwicklung. Moisty Meyer sagt, Leon, du bist aber genetisch begünstigt, bei dir funktioniert alles. Das ist Schwachsinn, Bruder. Ich war früher dünn und ich habe brutale Probleme, Muskeln aufzubauen und breit zu sein, so. Ich musste jahrelang trainieren, damit ich überhaupt ein gewisses Volumen aufgebaut habe, so. Immer zu sagen, ja, Schwarze haben eine gute Genetik, bei denen funktioniert alles, ist dumm. Und vor allen Dingen, weil die Sachen, die ich sage, die sind logisch, weißt du so? Kaloriendefizit nimmst du ab, Kalorienüberschuss nimmst du zu. Zählst du jede einzelne Kalorie, die du zu dir nimmst und du bist im Defizit, nimmst du ab. Egal, ob du eine Schrottgenetik hast, weißt du, ich meine? Genetisch ist oft so, genetisch, das sage ich so, der Knochenbau, weißt du, wie ich meine? Der Knochenbau ist Genetik. Wie ist dein Körper aufgebaut? Und natürlich, wenn du einen guten Knochenbau, ich habe einen guten Knochenbau, so. Bei mir sieht alles so sehr symmetrisch aus, kommt im Vordergrund und so. Könnte dann auch so aussehen, als ob ich mehr Muskeln habe, obwohl ich genauso viele Muskeln habe, wie einer, der einen schlechteren Knochenbau hat, so. Und vielleicht irgendwie so ein bisschen Fehlhaltung hat und so. Das sieht dann halt nicht so geil aus, weißt du? So, aber nichtsdestotrotz, wir beide werden abnehmen, wenn wir ein Kaloriedefizit fangen und wir beide werden zunehmen, wenn wir im Kalorienüberschuss sind, so. Das ist einfach Facts. Du hast trotzdem eine stabile Genetik, Bro. Ist halt so, ja, finde ich auch. Definitiv. Aber wie gesagt, ich habe auch Nachteile, so. Also Muskeln aufbauen fällt mir persönlich extrem schwer. Zuzunehmen generell, viel zu essen und so. Und da kenne ich andere Leute zum Beispiel. Big Nasty zum Beispiel, der kann essen, wie viel der will. Und der nimmt zu, der ist high one, weißt du so. Und so. Jeder hat seine Vor- und Nachteile, weißt du. Viel Tee trinken ist auch gut, ja. Ich trinke mindestens einen Grüntee am Tag. Und abends ziehe meistens nochmal so einen Magentee, um den Magen ein bisschen zu beruhigen. Weil ich halt, wie gesagt, ich esse dann immer abends eine richtig fette Mahlzeit, habe ich gerade mir reingehauen. Nudel-Vibes. Und ich quäle mich oft, dass ich das durchziehe, weißt du. Dass ich die Mahlzeit auch wirklich final reinbekomme. So muss ich mich echt quälen, immer noch. Manu Gold sagt, eben Döner gegessen und dann so ein Talk, verdammt. Ja, aber ich bin auch einer, ich sag, if it fits your macros, war damals auch so ein Spruch. Wenn es in deine Macros reinpasst, ne. Also man hat, es gibt Leute, die haben, die haben, die haben Wettkampfathleten, gab es damals. Die, also zu meiner Zeit, Wettkampfathleten, die haben regelmäßig Süßigkeiten gefressen, Eis reingehauen, Pizza gegessen und so. Aber die haben halt jede einzelne Kalorie getrackt. Du musst halt sehen, dieses Volumen von Kalorien musst du dir halt angucken, weißt du. Eine Pizza zum Beispiel ist vom Volumen voll, voll wenig. Also es ist geringes Volumen, aber hat eine hohe Kaloriendichte. Also da sind sehr viele Kalorien drin. Das heißt, wenn du nur so eine Lebensmittel zu dir nimmst, kannst du vom Volumen her viel weniger essen, um im Kaloriendefizit zu bleiben, als wenn du zum Beispiel, das Beste vom Volumen her sind zum Beispiel Kartoffeln. Da ist sehr, sehr viel Wasser drin. Du kannst dir ein Kilo Kartoffeln reinhauen und hast nicht mal annähernd die Kalorien, wie wenn du eine 250 Gramm Pizza, äh, ja doch, 250 Gramm Pizza dir fetzt oder so, weißt du. Das ist halt auch immer wichtig. Du kannst schon auch mal, ich bin auch ein Fan davon, sich nicht zu krass einzuschränken. Natürlich muss man da dann auch wieder auf die Gesundheit gucken. Ist halt nicht so gut für die Gesundheit, wenn du dir jeden Tag Scheißdreck reinfetzt, so. Zum Beispiel so Süßigkeiten, Pizza, Burger, Eis und so ein Scheiß. Ist dann nicht so geil für die Gesundheit, aber du kannst das schon irgendwie ab und zu mal mit einbauen, weißt du. So, wenn du wirklich ein Bedürfnis danach hast und guckst dann einfach, dass du trotzdem noch deine Kalorien im Auge behältst und dann kannst du auch trotzdem abnehmen. Du kannst auch abnehmen, wenn du Pizza, Burger, Pasta dir reinfetzt. Dann musst du halt wirklich, äh, 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 deine Kalorien on point haben und die zählen. Aber das ist halt nicht so der gesunde Lifestyle. Ich bin auch eher ein Fan zu sagen, so, versuch deinen Lifestyle umzustellen in die gesunde Richtung. Wenn du ab und zu mal Heißhunger auf eine Scheiße hast, dann gönn dir die Scheiße, aber lass es nicht überhand nehmen, so. Leckerli, Leckerli, geiler Name, Bro. Ich küsse deine Heads. Thank you für die 5 Euro auf jeden Fall. Er schreibt, Leon, immer an dich glauben. Du kannst alles erreichen, was du willst. Du musst es nur tun. Yes, Sir. Können wir alle. Danke für die Motivation und die schönen Worte. Es ist halt so, bei so einem Thema, da kommen auch ganz viele Experten auf einmal raus, so. Aber ich lese mal vor. Abdo M. sagt, mit zunehmen kann ich dir nicht zustimmen. Es gibt Leute, die essen, was sie wollen und wann sie wollen und nehmen einfach nicht zu. Und andere würden bei dieser Masse an Kalorien direkt zunehmen. Bro, du musst deinen Kalorienbedarf. Du musst wissen, wie hoch ist dein Kalorienbedarf. Wie ist dein Setpoint? Mit welcher Kalorienmenge bleibst du konstant bei dem gleichen Gewicht? Mit welcher Kalorienmenge nimmst du zu? Mit welcher Kalorienmenge nimmst du ab? Das musst du herausfinden. Und wenn du das herausgefunden hast, dann ist es einfach nur Überschuss, Gleichbleiben oder Defizit. So. Natürlich kann es sein, dass der eine einen besseren Stoffwechsel hat und der andere einen geringeren Stoffwechsel. Das habe ich vielleicht nicht erwähnt oder hast du vielleicht nicht verstanden. Natürlich kann es sein, dass ich einen schnelleren Stoffwechsel bei 1,90, 100 Kilo und 5 mal Sport die Woche habe, als ein anderer, der 1,90, 100 Kilo und 5 mal Sport die Woche macht. Aber auch da kannst du regulieren. Befindest du dich lange Zeit im Kalorienüberschuss, schiebt sich dein Setpoint nach oben. Oder Defizit genauso. Deswegen, wenn du zum Beispiel einen Kalorienbedarf von 2.200 Kalorien hast und du fährst dann ein Defizit von 200 Kalorien, nimmst du nur für eine gewisse Zeit lang ab. Dann ist dein Körper und deine Verdauung passt sich an. So, weil die speichert dann. Weißt du, wie ich meine so? Die sagt sich dann, okay, der gibt mir die ganze Zeit ein Defizit. Ich muss gucken, dass ich mit dieser Kalorienanzahl trotzdem klarkomme und auf Null bleibe. Dann passt sich das an. Dann fährst du wieder runter von den Kalorien. Weißt du? Arber Sakiri. Erstmal schöne Grüße gehen raus. Danke für die 5 Schweizer Franken. Gerade in der Diät ist der Talk wie von Gott gekommen. Ich küsse dein Herz, Bruder. Fußballer brauchen Kalorien. Ja, das ist auch so eine Sache. Wenn du zum Beispiel jeden Tag noch Sport machst in Form von Fußball oder fährst jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit und so, dann ist dein Körper auch einer, der verbrennt schneller. Und dann musst du auch mehr Kalorien auf jeden Fall zu dir nehmen. Mustermann sagt, ich vermisse den Lockdown. Alle zu Hause chillen war Beste. Ich gehe offline. Nach dem Satz gehe ich offline, Digi. Abdo M sagt, okay, gebe dir recht. Ja, das meine ich, bin auch gerade erst seit einigen Minuten im Live. Stabile Antwort. Ich nehme auch schnell ab, wenn ich weit unter meinem Kalorienbedarf liege. Ja, Mann. Ich küsse dein Herz, Bruder. Pssst. Abnehme den, Mann. Der Chicano sagt, hast du mal eine Zeit gekifft? Oder wie stehst du jetzt dazu? Jetzt dazu vor allem in Verbindung zum Sport. Also ich habe auf jeden Fall eine Zeit gekifft. Eine große Zeit auf jeden Fall gekifft. Und muss sagen, dass das meinen Sport nicht beeinflusst hat. Also Alkohol war da zum Beispiel viel schlimmer. Alkohol habe ich sofort gemerkt, wie das einen Einfluss auf mein Fitnessleben hat. Durch Kiffen. Viele verlieren durch Kiffen vielleicht die Motivation. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe durch Kiffen nie die Motivation am Sport verloren. Im Gegenteil. Wenn, dann vielleicht an anderen Thematiken. Aber am Sport habe ich nie die Motivation verloren. Egal, Kiffen nicht kiffen. Auch wenn ich saufen war, Sessions gemacht habe und was auch immer. Ich musste immer trainieren gehen. Also ich bin immer regelmäßig irgendwie trainieren gegangen. Ja. Also, keine Ahnung. Bei mir hat es eher die Regeneration gefördert sogar. Nichtsdestotrotz würde ich das jetzt nicht deswegen machen. Weißt du so? Dann zieh dir CBD. So. Gib dir CBD. Besser. SujukTV sagt Leon, Bruder, suchst du Mitarbeiter? Parajoch, ja? Sonst gerne. Ich hätte gerne eigentlich einen, der Videos schneidet. So. Für den zweiten Kanal auch und so ein Shit. Aber natürlich. So. Keine Ahnung. Wenn da einer wäre, der das gerne machen würde. So wäre geil. Aber ansonsten. Gerade Parajoch oder Rishu. Okay. Hier. Gute Fitnessfrage noch. Bearish. Bearish. Ganzkörper oder Split, Bro? Ich bin ein Fan von Ganzkörpertraining. Muss ich ehrlich gestehen. Ich finde Ganzkörpertraining nice. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und ich habe aber auch schon, ich habe schon 5er Split gemacht, 4er Split, 3er Split, 2er Split. Als letztes und auf 2er Split bin ich hängen geblieben. Also 2er Split fahre ich, also finde ich für mich persönlich am geilsten. Vor allen Dingen auch, wenn du mal zwischendurch auch unterwegs bist und so, kannst du trotzdem immer noch dein Training beibehalten. Weil wenn du mal zum Beispiel wenig zu tun hast, äh viel zu tun hast und unterwegs bist, reisen musst und so, dann trainiere ich genauso weiter. Weil ich muss nicht 5 mal die Woche ins Gym gehen, damit ich jede Muskelgruppe trainiere, sondern ich trainiere halt den kompletten Oberkörper an einem Tag und den kompletten Unterkörper an einem Tag. So, und dann mache ich das so, dass ich aber 2 verschiedene Oberkörpertrainings habe mit Fokus einmal auf Brust mehr. Vielleicht, je nachdem was eure Schwachstelle ist auch so, Fokus mehr auf Brust, den anderen Tag Fokus mehr auf Rücken. So, also ich bin Fan von 2er Split. Jeder der im Chat ist, kommentiert mal 1, 2, 3, 4, 5 oder so. Was für ein Split ihr fahrt. Ist auch Geschmackssache. Okay, 2er Split, 5er Split, 5er, 3er, 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 5er Split, 2, 1, 2, 4, 3. Ich sag halt, alle Leute, die natural sind, die natural sind, die sich nichts reinfetzen, es ist wichtig, dass man die Muskelgruppen in der Woche so oft wie möglich trainiert, weil die Proteinsynthese bei natural Leuten, die keinen Stoff reinballern, meistens nur 2 Tage ist. Das heißt, man könnte nach 2 Tagen den Muskel wieder trainieren und machst du das, hast du dann einen größeren, also du hast dann den größeren, den besseren Effekt. Wenn du einen 5er Split machst, als Stoffer zum Beispiel ist gut, die haben bis zu 7 Tage, 5 bis 7 Tage Proteinsynthese, die können das gerne machen. Aber als naturaler würde ich das eigentlich nicht empfehlen, einen 5er Split zu machen. Aber die meisten, es gibt, ich kenne viele Leute, die einfach jeden Tag ins Gym gehen wollen und keinen Bock haben Pause zu machen, dann machen die jeden einzelnen Muskel an jedem Tag, damit die jeden Tag ins Gym gehen können. So, aber, ja, es soll jeder für sich entscheiden. Yeah. Äh, Bro, Panos Kusi sagt, Bro, ich werde depressiv bei Pause, hahaha, ja, so. Ich schüttel.